Ich bin Nina, ich bin 26, ich bin seit sieben Jahren jetzt Dachdeckerin. Zu dem Beruf bin ich gekommen, eigentlich durch einen Zufall. Mein Ex-Freund, der war halt auch Anlagenmechaniker und hat mich dann mitgenommen auf eine Baustelle samstags und ich dachte mir so geil, du kannst hier fluchen und alles ist dreckig, du musst auf nichts achten. Dann wollte ich halt auch unbedingt ins Handwerk und wollte halt eigentlich auch Anlagenmechanikerin werden. Es hat dann nicht ganz geklappt, also bin ich ein bisschen höher hinaus, ab aufs Dach und da bin ich jetzt super zufrieden. Klar, die Höhe und so, ich muss mich auch erst dran gewöhnen, aber im Endeffekt war es das Beste, was ich machen konnte, weil ich dadurch dann auch ans Industrieklettern gekommen bin und die Aussicht ist immer super und gerade an so großen Baustellen, man lernt so viele andere Leute kennen, das ist klasse. Also es hat nie irgendwer gesagt, ein Mädel auf dem Bau geht gar nicht und was willst du denn hier und das schaffst du nicht. Die reißen sich alle wirklich zusammen, aber man merkt auch, dass man irgendwie eine Ruhe anscheinend auch reinbringt in die ganze Truppe. Man muss natürlich seinen Kollegen vertrauen können, man muss wissen, was macht der andere gerade, aber das klappt super. Also man ist wirklich ein Team, wie man weiß, was macht der andere gerade und wenn man was braucht, man sagt dem Bescheid und das kommt auch bei einem an. Der Ton untereinander passt, also es ist jetzt keiner, der sagt, Mensch du Arsch, wir sagen auch zu unserem Lehrling eigentlich selten, Mensch du bist ja nur ein Azubi. Also wir sind wirklich so eine kleine Familie, weil man verbringt ja so viel Zeit mit den Jungs auch zusammen. Das ist schon ganz toll. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020